Und schon wieder treffen sich in Ostritz Neonazis diesmal zu einer Kampfsportveranstaltung im Hotel Neißetal. Und die Ostritzer und Ostritzerinnen stellen sich dem auch wieder entgegen mit diesmal einem Friedenslauf. Und wir als Grüne haben eine kleine Sportgruppe abgestellt, die hier fleißig Runden auf dem Marktplatz drehen. Und für jede Runde, die gelaufen wird, wird gespendet für ein Nazi-Aussteigerprogramm. Und ich glaube, genau das ist das Richtige. Und hinter uns drehen die Leute schon die Runden. Und ich glaube, das ist eine positive Auseinandersetzung, ein positiver Protest. Und das sollten wir unterstützen. Und deswegen sind wir heute hier allen voran. Stefan Kühn als unser grüner Bundestagsabgeordneter und ganz viele junge Grüne, die das mit unterstützen und hier fleißig Runden drehen.